Wenn man lang genug in den Spiegel schaut, blickt man in die Augen des Teufels. Wenn man lang genug in den Spiegel schaut, blickt man in die Augen des Teufels. Wenn man lang genug in die Augen des Teufels. Wenn man lang genug in den Spiegel schaut, blickt man in die Augen des Teufels. Wenn man lang genug in die Augen des Teufels. Wenn man lang genug in die Augen des Teufels. Wenn man lang genug in die Augen des Teufels. Wenn man lang genug in die Augen des Teufels. Wenn man lang genug in die Augen des Teufels. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020